Mit ihrer Leistung von bis zu 3 Millionen Liter Wasser pro Minute sind die FlowSurf CVP Trockengrubenpumpen das Rückgrat bei modernen Hochwasserschutzsystemen. Sie finden diese Hochleistungspumpen auf der ganzen Welt in anspruchsvollen Hochwasserschutzsystemen, wo Zuverlässigkeit und Haltbarkeit unerlässlich sind. FlowSurf CVP Pumpen spielen eine entscheidende Rolle im Afslaut Dake, dem größten Damm in Europa. Dort schützen sie die Niederlande vor dem steigenden Meeresspiegel. Im Trinity-Fluss schützen FlowSurf CVP Pumpen Dallas vor großflächigen Überschwemmungen durch Hurrikane und anderen schweren Stürmen an der Golfküste. Warum sind FlowSurf CVP Pumpen die bevorzugte Lösung für diese lebenswichtigen Projekte? Die Antwort beginnt mit durchdachter Ingenieursarbeit. Durch ihr fortschrittliches Design können diese vertikalen, einstufigen Trockengrubenpumpen bei einem nahezu wartungsfreien Betrieb eine Effizienz von über 90% erreichen. Das korrosionsbeständige Design minimiert den Kontakt von Metallteilen mit Wasser und verlängert dadurch die Lebensdauer der Pumpen in Meerwasseranwendungen. Und ein urheberrechtlich geschütztes, fischsicheres Laufraddesign schützt auch die Wasserlebewesen. Ihr vorgefertigtes Betongehäuse mit Einlass reduziert die Konstruktionszeit vor Ort sowie die Kosten. Die ausziehbaren Pumpenelemente vereinfachen die Installation. Ein Mannloch zur Erleichterung von Wartungsarbeiten macht einen Ausbau der ausziehbaren Einheit überflüssig. Anwendungskompetenz ist ein weiterer Grund, sich für CVP Pumpen von FlowSurf zu entscheiden. Mit über 100 Jahren Erfolg mit Hochwasserschutzsystemen sind die FlowSurf CVP Pumpen die ideale Lösung für Aufgaben, bei denen die Betriebsbereitschaft ein Muss ist. FlowSurf arbeitet mit Ihnen zusammen, um das genaue Spiralgehäusedesign so zu konstruieren, dass es Ihren Projektanforderungen entspricht. Wir führen Sie durch jede Phase Ihres Projekts, von der Beratung über das Design bis hin zur Installation und Inbetriebnahme. Und stellen sicher, dass Sie das richtige Pumpendesign für Ihre spezifische Anwendung und Ihren Zeitplan erhalten. Und mit einem globalen Netzwerk von Service-Centern stehen qualifizierte Ingenieure und Techniker jederzeit und überall zur Verfügung, um Sie zu unterstützen. Weitere Informationen zu FlowSurf CVP Pumpen finden Sie unter flowsurf.com